Was genau meine lieben Freunde, ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supported Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Ravenstein einfach eingeben würdet, meine Freunde. Es wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen, viel Spaß bei diesem Video, ciao. Schau Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei sind heute leider Alphastein und Gnu. Was heißt denn da leider? Ja, es geht vor demnächst auch an Alphastein. Ja, stark. Wir sind auf jeden Fall gerade aus einer Aufnahme gekommen, wo die beiden sich schon gestritten haben. Und zum Ende haben sie sich dann doch versöhnt, Leute. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir jetzt hier gemeinsam zu dritt folgen. Also eigentlich ist es, ich bin jetzt da. Ja, genau. Ich bin jetzt nicht böse gegenüber euch, Gnu und Alpha. Aber es ist eigentlich Solo-Squads, was ich hier gerade spiele. Solo-Squads quasi jetzt hier in Wind zu holen, meine Freunde. Und Gnu und Stein sind auch mit dabei. Alphastein, wenn du jetzt vielleicht noch so nett wärst, um dich bereit zu machen. Wenn du noch vielleicht so nett wärst, um dich kurz bereit zu machen. Alphastein, wenn du... Lack ins Zimmerwoll. Bitte. Noch mal. Bitte. Lack, sag noch mal. Bitte. Okay, für dich, Baby. Alles klar, gut. Gnu, Stein, ihr habt hoffentlich eure Probleme jetzt dann beiseite legen können. Ähm, eure Sache... Nicht wirklich, aber egal. Gut, dann passt auf. Lass uns einfach jetzt so an die Sache herangehen. Wir streiten uns jetzt hier nicht, okay? Ja, das ist, wenn du hier spielst, okay? Stein, wir spielen kein Duo. Wir spielen jetzt mit Gnu zusammen. Let's go. Wo droppen wir? Ich würde fast schon mal sagen Pleasant Parker. Das sieht doch ganz gut aus. Wie gesagt, ähm, zur großartigen Challenge. Eigentlich ist es schon Challenge genug, gerade mit Alphastein einen Win zu holen. Nee, nichts, 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 nichts. Du bist ein extrem guter Spieler. Gut. Darf ich wissen, warum ihr euch eben so sehr gestritten habt? Weil Alphi sich nicht um die Kinder kümmert. Okay, ich hätte das Thema gar nicht erst anschneiden sollen. Es gibt keine Kinder, alles in Ordnung. Wir spielen jetzt einfach... Es gibt Kinder, schau doch an seinen Kanal. Es gibt keine. Alphi, ich weiß doch, was aus meinem Körper rauskam und das war keine Schockse. Es tut mir leid, dass ich das gerade angesprochen habe. Lass uns einfach Fortnite spielen, okay? Ich will gar nicht so sehr jetzt da in eure... Ich weiß, was der Arzt gesagt hat. Der Arzt hat gesagt, es sind Steine gewesen. Und keine Nierensteine. Nein, du warst nicht gesund. Also nochmal, wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in eure Beziehung da hineingehen. Es ist keine Beziehung mehr. Es ist geschieden. Ihr habt euch getrennt, oder? Alter, ich mach es besser so. Äh. Dann komm mal. Mach ich auch. Ich stehe kein Geld von mir. Können wir nicht einfach hingehen und zusammen Fortnite spielen? Ich verstehe halt echt nicht... Nein, die zwei Kinder haben nichts zu essen. Ja, also... Versteht mich nicht falsch, aber... Ich stehe kein Geld von mir. Ich stehe kein Geld von mir. Das wäre die erste Frau, die bei Fortnite schwanger... Ist ja auch egal, Leute. Fokussieren wir uns auf das, was wichtig ist. Fortnite und ein geiler Win, okay? Also, let's go. Ganz genau. Ganz genau so, Stein. So, hier ist schon jemand gelandet. Ja. Hey, wie du bist hier? Ich hab einen! Oh, hier ist einer. Ah! Ähm, nun brauchst du Hilfe? Nein. Ja. Äh, nebenan, wo ihr seid. Ich bin, wo wir helfen dir. Aufgrund der ist lieber dich. Doch, Stein, wir helfen dir. Der ist gerade oben. Nein. Ich helfe dir nicht. Ich bin jetzt lieber dir. Oh, hallo. Au. Au. Danke für den Killsteer, Stein. Ja, mehr kann er auch nicht. Außer klauen. Und schwängern. Und sich nicht um die Kinder kümmern. Ja, ja. Voll weiter. Ich bin down. Der Typ hat mich. Ja, ähm. Also, du bist schon gut. Ja, du bist schon. Ich bin alles an dir. Ein fetter Arschwarmweg. Okay, können wir einfach jetzt vielleicht uns darauf besinnen, dass wir jetzt hier einfach eine geile Runde spielen und gemeinsam ein bisschen bei Fortnite uns auch Mühe geben. Das macht dich bereit, Stein. Mach dich bereit, Stein. Sonst fliegst du aus der Gruppe raus und kannst nicht mehr mitspielen. Ja, der Typ. Ja, ich bin alles an dir. Oh, Mann, Stein. Oh, Mann, Stein. Komm jetzt zurück, du kleines Miststück. He, he, hallo. Mach dich bereit. Gnu, ganz kurz nochmal eben, um das klarzustellen. Du hast gerade eben mit Alphastein Schluss gemacht. Ja, ich bin fertig mit ihm. Okay. Dann gibt es ja auch nichts mehr zu diskutieren. Dann gibt es ja auch jetzt keine Streitthemen mehr für euch beiden. Dann können wir uns jetzt... Doch, es gibt doch Kinder, verdammt. Es gibt keine Kinder in Fortnite. Es gibt Kinder. Können wir uns nicht einfach auf... Ich bin in der Fantasiewelt hier. Auf Fortnite konzentrieren. Okay, wir landen mit Blazylings. Kommt direkt runter, da sind eine Menge Gegner. Ja, Stein, ich weiß jetzt nicht. Also, keine Ahnung. Es scheint jetzt alles zwischen euch beiden geklärt zu sein. Hi. Ist es nicht, aber es ist in Ordnung. Mein Körper ist gerade zu mir gegeben. Ich rufe die Kinder gleich an und sage, dass sie dann zu dir kommen, Revi. Ist in Ordnung. Du wirst dich dann um sie. Du wirst dein guter Vater sein. Ich weiß eigentlich, glaube ich, du mit dem Kopf. Stein, vielleicht ist doch einfach die Art, wie du mit Gnu redest, nicht die Richtige, ne? Ja, das sowieso. Und vielleicht, Gnu, müsstest du auch aufhören mit dieser Obsession mit den Kindern, die ich bis heute nicht verstehe. Ja, und ich. Also, verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, was passiert ist. Alfie, tu nicht so. Okay, hab dich. Braucht ihr Hilfe oder sowas? Kann ich euch hier irgendwo... Sind ja irgendwo Gegner, die wir vielleicht... Ja, vor uns, bei SW. Boah, Alter, dein Skin ist so hässlich. Immerhin stinkt er nicht so wie du. Du gewaltst. Mein Skin hat niemanden. Das ist mir besonders. Okay, finischt mal die beiden, die da vorne liegen. Vorsicht, da kommt noch ein Gegner. Ja, ja. Vorsichtig, da ist gleich bei euch. Ich hab eh keinen Grund, kein Süden mehr zu leben. Das ist in Ordnung. Hab ihn. Da kommt noch jemand, da kommt noch jemand, da kommt noch jemand, Gnu. Vorsichtig. Stark. Weg damit. Sehr gut. Gut, Stein, ähm... Möchtest du auch noch am Spielgeschehen teilnehmen, oder? Halt mich. Ist egal, wir brauchen dich. Doch, genug. Ich geh. Nein, wir spielen das jetzt als Duos zu Ende. Stein, bleib jetzt liegen, Mann. Warum seid ihr so? Könnt ihr nicht einfach, ich meine... Hey, wo ist dein Arsch? In deinem Arsch. Wir haben jetzt hier richtig gut aufgeräumt, haben guten Loot und alles. Nee, nee, ich hab was für dich. Ach, die brauch ich nicht, danke, Blu. Ach, hey, wie. Echt nett. Warum seid ihr beide alle so gemein? Na, jetzt hört doch mal auf. Nochmal, also, ich verstehe halt... Ich verstehe gerade wirklich nicht, was ich jetzt hier in dieser Aufnahme mache. Ich meine, wie soll ich jetzt euer Beziehungsproblem lösen? Ich möchte einfach nur... Es gibt kein Beziehungsproblem, weil scheinbar... Wir wollen entscheiden, kannst du das bitte nicht schnell hier offiziell machen, bitte. Ich bin kein Anwalt. Ihr seid nicht mal verheiratet. Das war eine Fortnite-Aufnahme. Du bist Paten-Onkel, du hast uns auch verheiratet, also kannst du auch das bitte. Das war eine Fortnite-Aufnahme. Es war in einem Livestream. War ein YouTube-Video. War ein Video. Also kannst du es auch in diesem Video tun. Gut, dann seid... Verheiratet beweis. Dann seid ihr beide jetzt hiermit geschieden. Ich möchte das aber ein bisschen traditioneller, bitte. Nicht einfach so hier zwischen Tür und Ange. Alphastein, möchtest du die hier anwesende Gnu nicht mehr zu deiner... Nein, ich möchte, dass wir das hier... Hier am Fluss, bitte. Ich will doch einfach nur einen Win holen mit euch. Ich möchte bitte einen Luftballon haben. Dafür gebe ich dir auch was, Alphastein. Okay, Alphastein, möchtest du die hier anwesende Gnu nicht mehr zu deiner... Wollt ihr euch scheiden jetzt oder nicht? Gut, dann haben wir das geschafft. Der letzte Gefallen, den du besuchen kannst. Hier, du möchtest mich hier scheiden lassen. Hier ist schon romantisch. Sebi, wir brauchen dich. Ihr seid doch schon geschieden. Alles gut. Nein, ich möchte, dass du es hier offiziell... Können wir nicht einfach in die Zone laufen und... Nein, er ist ein Teil, der ist vorläufig gar nicht. Kann ich nicht hier stehen bleiben? Einfach und auf euch zoomen mit der Sniper. Nein, du kommst her. Mann, ist das affig. Ich will doch wirklich nur einfach ein Win holen. Sophie, Anstatt muss sein. Nee, es hat nichts mit Anstatt zu tun. Es ist einfach nur schwachsinnig. Gnu, möchtest du ihn hier anwesende Alphastein jetzt scheiden? Dann sag jetzt ja. Ja. Alphastein, du auch? Nein. Ja, ja, ja. Okay, dann seid ihr jetzt nicht mehr Mann und Frau, sondern geschieden. Perfekt, gut. Dann können wir jetzt hier in Ruhe zusammen einfach einen Win holen und das Ding weiter... Jetzt bringe ich mit den Leuten in den Urlaub. Gut, Stein, wenn du vielleicht bei uns bleiben würdest... Lass ihn gehen. Keine Zeit. Also... Er muss sich jetzt selber erfüllen. Ich meine... Bist du der Neue? Es gibt... Ach, war das laut. Ähm, Gnu. Also nochmal, das ist jetzt halt hier echt... Wollt ihr so hübsch, Ribi, du hast das Bild gesehen, ne? Nee, du hast... Ach ja, du wusstest davon. Nein, wusste ich nicht. Du wusstest davon. Mann, ich habe gar keine Ahnung, wovon er redet. Wirklich nicht. Ja, 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 ich kenne euch doch. Ihr haltet immer zusammen, ich wusste es. Ja, ich... Weiß halt nicht, wie ich jetzt gerade mit der Situation umgehen soll. Für mich ist es auch nicht gerade angenehm. Das muss ich einfach mal an der Stelle hier sagen. Du musst dich am Ende entscheiden. Nee, also... Glaube ich nicht. Das weißt du hoffentlich nach der Aufnahme. Warum muss ich mich für was entscheiden? Du weiter mit ihm zusammen sein möchtest. Äh... Also ich werde sicherlich das ein oder andere Video mit ihm zusammen machen, ja. Nein. Wollen wir dann einfach in die Zone laufen, Leute? Was heißt laufen? Ich werde fliegen. Hinten rechts, hinten rechts, NW. Ja, der läuft gerade hoch. Ich habe einen genockt. Autsch. Boah, Schatze, von der anderen Seite auch noch. Ach Mann, immer dieses Scheiß-Verf***te-Shark-Party-Kring. Mitgeburten. Ja, ach, von hinten. Von überall, ey. Ja, das war so schnell. Ich bin mal zu schnell. Könnt ihr euch nicht einmal Mühe geben und diese Scheißstreitereien einfach sein lassen, Mann? Nein. Ich versuche das jetzt nochmal. Ja, ist okay. Können wir ihn nicht einfach ersetzen durch irgendeine Random? Manchmal werden wir das auch lieber, tatsächlich, ja. Äh, los, wieder weit. Gut, wir landen wieder im Pleasant Park zusammen, genau bei der Markierung, genau in dem Haus. Bitte nirgendwo anders, damit wir nicht absplit sind und dann... Nochmal auf Deutsch. Kann doch nicht sein. Wir laufen die ganze Zeit da rum, kein Gegner da und dann kommen plötzlich drei Teams auf einmal. Hm, ich könnte ja eigentlich jetzt einen neuen Spieler abchecken. Bin jetzt ja Single. Ich bin einfach nur extrem genervt gerade, ähm, wenn ich das mal so sagen darf. Schau dir mal die Muskeln von dem da drüben an. Ich glaube, ich gehe mal hier drüber und sage, hallo, vielleicht will er meinen Luftballon mal haben. Gnug. Hey, ich habe Gummis dabei. Gegner hinten links beim Dena-Haus, äh, SW. Oh, potenzielle Väter, wo? Single-Frau sucht Single-Virtuellen Mann. Hm, ich habe zwei Schleinkinder, die extrem dumm sind und nicht können. He-he. Liegt am Vater. Äh. Ja, ja, ich weiß. Hey, Stein, also, jetzt der Umgangston gefällt mir jetzt gerade auch nicht unbedingt, ne? Ich weiß nicht. Verdammt, hier gibt es ja gar nicht, Mann. Du hast mich angelogen, Revi. Egal, ich werde schon jemanden finden. Bis später, Leute, ich gehe aus. Gnu, ähm. Geh aus. Ich habe jemanden gefunden. Hallo, mein Hübscher. Willst du mir Gnu? Schieß nicht. Warte, ich droppe ihn kurz. Nein, er hat mich getötet. Er hat mich erst angetanzt. He-he. Ich bin dran. Gut, Alphastein hat mir immer wieder einen Kegel geklaut. Absolut ehrenlos. Das hat wehgetan. Aber immerhin konnte er die Hüften schwingen. Gnu, äh, Alphastein, hol mal Gnu hoch. Ja. Ja. Äh. Alphastein, sag nicht, sag, dass das unser TNT ist. Oh, ich dachte gerade. Ich kenne schon jemand anderen. Ey, ich bin da voll, voll auf deiner Seite. Ich wünsche dir auch echt das Beste da nur. Ähm. Ja. Oh, ein Pilot wäre doch auch was Nettes für mich. Hallo, hier oben. Gnu, es wäre echt nice, wenn du nicht alle Spiele aufmerksam machst. Der Pilot ist jetzt aus seinem Flugzeug gerade rausgeflogen. Ich habe sein Flugzeug kaputt gemacht. Er kann gleiten. Ich muss rüber zu ihm. Halt doch nicht immer so aggro, Leute. He-he. Wieso treffe ich jeden? Gott, verdammt, ein Schuss nicht. Ach, verdammt. Der war schon vergeben. Ich verstehe nicht, dass wir nicht einfach zusammenspielen als Team ganz anständig. Der war schon vergeben, egal. Das ist der Pilot. Nein, das hat meinen potenziellen Vater getötet. Der hat weggegeben. Mensch, Alfie. Oh, du stirbst ja, was jetzt? Alphastein, wäre es vielleicht nicht nice, wenn du Gnu einfach hochziehen würdest? Nein. Alphastein, bitte zieh sie hoch. Alphastein, bitte zieh sie hoch. Ich wusste gar nicht, dass du Finger hast, Alfie. Das war eine extrem seltsame Aussage gerade, wenn ich das kurz erwähnen darf. Ja, er ist ein Fisch. Hallo, Jungs. Oh. Da ist einer. Mein Gott, 200 Schaden und er stirbt nicht, oder was? Was soll man denn? Was soll ich denn sonst noch machen, außer jemand 200? Ich habe keine Lust mehr mit euch zu spielen. Ich gehe jetzt. Ihr kotzt mich an. Ihr mit eurem Schatz rein. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Disconnected. Leute, das war es von diesem Video. Das ist mein Creator-Code. Ich habe nichts getroffen und ich habe keinen Bock mehr mit diesem Menschen, mich abzugeben. Das ist einfach nur anstrengend.